Mein lieber Freund, ich möchte gerne auch etwas essen. Okay. Ich nehme eine Aglio Olio. 7 Euro für Aglio Olio nimmst du. Eine Briefmarke bei der Post ist teurer als deine Aglio Olio. Muss ich teuer? Meine Lieblingsspaghetti. Aglio Olio. Alles klar. Oder nicht gerne ein Dessert. Aber was mich hier wundert, du hast überhaupt kein Fisch oder überhaupt kein Fleischgewicht hier. Nein, nein, nein. Warum nicht? Glaube ich nicht, Franco. Ich habe schon genug Stress so. Wenn ich auch Fisch und Fleisch mag, auf Wiedersehen. Pizza, Salat und ein bisschen Nudeln. Mehr nicht. Aber man kann doch mal drüber sprechen, oder nicht? Über die Empfehlung, dass man einen Lachs kauft, macht 20 Portionen und sagt, 20 Portionen Lachs können verkauft werden. Ja, aber muss man diese Gäste dafür auch, dass die Ese sind. Was man nicht hat, kann man nicht verkaufen. Aber ich will nicht. Auf dem Menü steht kein Steck, kein Fisch. Bei Fisch, ich traue mich nicht so, 100 Prozent. Warum ist kein Fisch oder kein Fleisch auf dem Fisch auf der Karte? Das schaffen wir nicht. Also wenn ich ein Nudelgericht mache, kann ich in derselben Zeit auch ein Fischgericht machen? Ja, schaffen wir aber nicht. Wir sollten Fleisch und Fisch anbieten. Das würde ich mir auch von ganzem Herzen wünschen. Aber ob es überhaupt machbar ist, weiß ich nicht. Also wichtig ist, nicht sofort immer, nein, 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 sondern, dass wir keine Chance auslassen. Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit, voneinander zu lernen. Lasst uns diese Zeit nutzen. Versteht. Ist das ein Deal? Ja. Carpaccio, Aglio Olio, tiramisu. Ja, was? Okay.